Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Und genau deshalb setzen die 450 kleinen steirischen Lebensmittelhändler nun verstärkt auf regionale Produkte. Man will so Kunden gewinnen und als Nahversorger wieder wichtiger werden. Unsere Handelswege zeigen, wie das funktioniert. Der Duft von frisch gebackenem Brot liegt noch in der Luft, hier in der Backstube am Hof von Grete Auer. Sie ist direkt Vermarkterin in Kumberg. Neben dem Bauernbrot gibt es Säfte, Schnäpse und Eingekochtes. Verkauft werden ihre Produkte am Bauernmarkt und im Kaufhaus im Ort. Es ist eine Art Symbiose zwischen Direktvermarktung und Kaufhaus, von der beide Seiten profitieren. Kirchturmdenken ist hier nicht angebracht. Es ist ein ganz natürlicher Weg des Handels, würde ich sagen, dass man zuerst einmal in der Nähe schaut, was es Gutes gibt. Und natürlich ist es für uns und auch für unsere Kunden ein großer Vorteil, die Menschen hinter den Produkten zu kennen. Regionale Produkte von heimischen Produzenten. Ein Konzept, um auch wirtschaftlich überleben zu können. Denn der Kunde von heute kauft anders ein als früher. Jeder will immer günstiger einkaufen. Es gibt immer mehr Großmärkte und durch den Bevölkerungsrückgang in ländlichen Regionen sinkt die Kaufkraft. Die Gesellschaft ist in einem intensiven Prozess, würde ich sagen, die Ernährungsgewohnheiten, das Einkaufsverhalten. Und der Handel ist da mittendrin ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft. Und da ist es natürlich eine tägliche Herausforderung, da am Ball zu bleiben und auch ein bisschen früher zu sein mit den Entwicklungen und die auch mit zu gestalten. Der Nahversorger ist oft auch Lebensmittelpunkt im Ort. Ich finde es schon sehr wichtig und sehr schön, dass immer später kleinere Kinder zu Fuß einmal einkaufen gehen können. Speziell, wo ich auch schon ein bisschen älter bin, bin Gott sei Dank noch gut drauf. Aber es kann ja sein, dass ich einmal nicht mehr so gut fahren kann. Und dann kann ich nicht mehr mit dem Radl fahren. Dann kann ich aber zumindest zu Fuß hergehen. Grete Auer ist bereits wieder in ihrer Parkstube. Sie hofft, dass es den Nahversorger im Ort noch lange geben wird und appelliert auch an die Gemeindebewohner. Ich muss ehrlich sagen, ich sage Ihnen das auch manchmal, dass Sie sich freuen können. Weil erst dann, wenn er nicht mehr da ist, würde man merken, was wirklich fehlt. Man muss einfach wirklich auch die Leute manchmal mit der Nase drauf stoßen und sagen, sind wir froh für dieses lebenswerte Umfeld und dass wir alles im Ort noch haben. Danke, einen schönen Dost. Bye.